Jo, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video, was leider erst verspätet ankam. Ich habe jetzt mal den Ton ausgemacht, wenn man mich überhaupt nicht versteht, wenn der Ton an ist. Das hat man vielleicht heute schon bei The Life to Streaming gemerkt oder bei vielen anderen Videos. Ich werde jetzt erstmal ohne Ton spielen, um zu gucken, wie sich das anhört und vielleicht versteht ihr mich dann besser. Genau, wir spielen jetzt hier eine schöne Runde. Ja, also nochmal wichtige Infos für euch. Heute kommt ja um 1 Uhr das Video hier raus. Morgen kommt ein neues Video zu The Life to Streaming, wo man mich auf jeden Fall besser versteht, weil ich habe Untertitel an, das heißt, ich habe kein Ton haben. Und am Freitag, glaube ich war am Freitag, doch, am Freitag kommt New Order Walking Dead raus. Der zweite Teil. Genauso wie von The Life to Streaming der zweite Teil da ist. Genau. So, wir spielen jetzt mal eine schöne Runde. Und freuen wir uns schon drauf. Ja, also das ist ja schon ein bisschen später. Wir haben jetzt vielleicht gerade mal, ich habe jetzt noch 31 Prozent und wir haben noch 22,50. Aber das Hochladen und alles, wird das ja wahrscheinlich doch vielleicht ein bisschen früher rauskommen als 1. Also, ne, vielleicht kriegt ihr jetzt halt irgendwie noch hin. Ich versuche jetzt erstmal, zweiter oder erster Platz zu werden. Was war das? Das war schon mal überhaupt nichts. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob das besser ist, wenn ich erstmal keinen Ton anhabe, damit ihr mich besser versteht oder wie ihr es halt so seht, ne. Ähm, genau. Aufgenommen wird das mit einem Galaxy S6. Es ist auf jeden Fall eine bessere Qualität als das Huawei P8, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es, ähm, Asphalt 9 auch, äh, für das, ähm, für Apple gibt oder für, ähm, Windows Store. Lasst mich das doch mal in den Kommentaren wissen, weil ich habe mich jetzt noch nicht auf Apple reingeguckt. Ich konnte jetzt natürlich noch nicht wissen, ob es dafür draußen ist. Naja, ich hoffe, ihr könnt mir da auf jeden Fall verzeihen. Oh. Jetzt wieder mal 7. Platz. Das ist ja richtig schlecht. Oh Mann. 6. 6. 7. 8. 9. 8. 9. 9. Toten Stöfe, aber es funktioniert. Und ich bin, sorry ich muss mich gerade sehr hart konzentriert, deswegen konnte ich das eben gerade nicht so, so wie gesagt, so herstellen, weil ich nicht genau wusste, wie das aussieht. Aber ich bin erster Platz geworden, wie man sieht. Ich bin dann überlegen, ob ich jetzt bald mehr Facetime mache, weil ganz ehrlich, Facetime finde ich schon ziemlich geil, man sieht mich auch mal, dann spricht nicht immer nur mit dem Handy, sondern auch mit euch. Ihr könnt mich auch sehen, dann könnt ihr mir direkt in die Augen schauen. Genau. Ja, also ich finde das jetzt erstmal ein kleineres Video, ich weiß nicht, wie es euch gerade gefallen hat, weil von Asphalt 9 möchte ich auch nur ein kleines Video mal machen, weil es halt in der Story passiert ist, das ist einfach nur ein Rennspiel, ein ganz normales Rennspiel. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass es ein Abo da, wenn es euch gefällt und wir werden es bald nochmal, am Samstag, wenn ich glaube ich nochmal gucken, gucken wir mal ein neues Asphalt-Video für euch raus. Wir hören uns voneinander und dann haut ihr rein. Tschau.